alles andere eins gut schlechtes büchsenlicht da hinten gibt es schon vollgas, da würden wir einmal die quest mit dem lkw machen jetzt hat er es entweder geschafft oder erst mausetot es ist schon so schlechte sicht man also so so schlechte lichtverhältnisse so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab keinen Bock auf eine Schießerei jetzt hier. Schön wär's gewesen, aber... ...dann wieder das Zeug im Dreck liegen lassen. Das ist schon krass, oder? Da unten. Sie waren eigentlich so gut wie dem Tod geweiht. Aber naja gut, mit PS-Munition auch wieder nicht so richtig. Aber das ist schon... Das hab ich mich auch schon oft gefragt. Wie oft... Ich möchte gerne mal wissen, wie oft ich schon an jemandem vorbeigelaufen bin, der so wie ich jetzt hier irgendwo gehockt hat. Ah, jetzt weiß ich, warum ich... Das war ein Stück weit da vorne, als ich letztens die gute Position hatte. Aber hier drüben ist auch noch der Sniper, Alter. Es kotzt mich einfach nur an. Das war's für heute. Noit! Ich schreibe es, in Ordnung. Leute, ich sag's euch. Diese Quest mit dem letzten Nerv. Der Werkzeugkasten ist schon geöffnet, hier ist schon jemand durch. Eigentlich wäre es günstig gewesen da oben übers Gebirge, oder? Komm ich von hier aus da auch noch hin? Ja, aber irgendwo sind Minen, glaube ich. Wir haben sie gefunden. Wir haben sie gefunden. Kaum ausgesprochen. Ey, diese Quest, ich hasse sie. Ich könnte sie am liebsten löschen. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Junge, ein Berufsverkehr hier. Das war's für heute. Ich dachte, ich hätte ihn schon umgelegt. Das war's für heute. Der ist weg vom Fenster. Jetzt würde ich eigentlich gerne die DVL auch nochmal hinschmeißen. Ich muss eigentlich nochmal gucken, ob ich... Das war's für heute. Also ich sehe nichts. Die können ja auch draußen sein. Die Schweinehunde. Das kotzt mich schon wieder so an. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, nimm, 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 nimm. Das war's für heute. Alter, kannst du mich am Arsch lecken. Leck mich am Arsch. Alter, Leute, mir geht der Arsch auf Grundeis. Oh. Ey, jetzt müssen wir... Hoffentlich ist das Autoexil da. Hoffentlich ist das Autoexil da. Jetzt schleichen wir uns hinten raus. Also, Leute. Ey. Die Schüsse jetzt, die haben ja echt jetzt fast noch den Rest gegeben. Jetzt zum Autoexil. Oh, hoffentlich ist das da. Hoffentlich ist das da. Ey, sonst hab ich die Arschkarte. Meine DVL hab ich schon weggeschmissen. Hier auf dem Dach läuft doch auch schon wieder einer rum. Ja, das wird uns in Ruhe lassen, Mann. Und da vorne, da haben sie uns schon im Visier. Wir müssen durchs Gebirge, aber hier oben ist noch dieser Typ. Könnt euch nicht vorstellen, wie mir der Arsch auf Grundeis geht. Wir haben's. Wir haben's fast. Wir haben's fast. Wir brauchen das Autoexil. Wir müssen dorthin. Und dann... Ey. Dann hol ich... Ey, wenn ich das schaffe, hol ich die saure Kirsche aus dem Kühlschrank. Und saug erstmal ein. Sechs Minuten. Wir müssen. Wir müssen. Alter komm, reiß dich zusammen, Alter. Energie. Gebt Gas, Alter. Gebt Gas, Alter. Falls nicht, müssen wir zum nasseren UN-Rotblock rausrennen. Ey, uns läuft die Zeit davon. Ey, das kann doch nicht sein. Schon wieder die Energie weg. Ey, jetzt... Hört's aber auf, Mann. Hört's aber auf, Mann. Fünf Minuten. Ich glaub... Also... In fünf Minuten schaffen wir's auch bis zum UN-Rotblock. Regeneriere doch nur ein bisschen. So, wo ist jetzt das Auto? Boah. Nicht, dass uns da Sniper jetzt... Oh, das Auto ist da. Das Auto ist da. Leute. Ach so, das müssen wir gar nicht bezahlen. Ey. Ey... 40 Sekunden noch. 40 Sekunden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade in mir passiert, Alter. es fühlt sich diese 20 Sekunden fühlen sich an wie ein Tag, Alter das ist ungelogen noch nie ist die Zeit langsamer vergangen als jetzt Leute ich fasse es nicht wir haben es geschafft nach dem 9. oder dem 10. Anlauf egal Leute endlich abgehakt diese Quest war die härteste die ich jemals gemacht habe glaube ich da und die 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 Bis zum nächsten Mal.